ok sie sind am ready okay das geht so wir haben gesagt real die piene welches biermacher genau was mit lilia wir können und gegen mauka spielen oder gegen wir können aber was was mit lilia genau weil sie sonst könnte ich jetzt lilia gehen ist auch als uns nicht ist nicht so viel mauka aber wann wir jetzt nicht leidia leider okay kann man ja nicht und er müsste gebunden und das auch gut ist nicht der schnoppe ich bin für mauka ja ich glaube auch ich will lieber jase von jemandem sehen der nicht so gut ist als mauka bei mauka ist immer useful jase kann halt voll rein natürlich muss sein wird immer müder sind wir jetzt schon zwölf stunden streamen ja die picken immer lilia fest ja 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 ihr habt ihr picks ich muss mal kurz googeln in den leeren äh ja wir müssen wir müssen in der mitte jungle also mitte blinden und jungle spiel jungle picken ich möchte botlein komplett counteren können mitte blinden ich kann äh zix oder ariana was wollt ihr was möchtest du ist die frage ich würde lieber zix sehen glaube ich ja ja mal zix ruhig ok ok boah meine klünde ist das hard counter dagegen aber ich darf sie nicht spielen scheiße ich habe nicht wirklich guten also ich habe keine ahnung geht mir einfach wie ich oder so ok machen irgendeinen stat check champion will god aufhören mit 51 prozent in 2000 games take those lock it in all right endlich mal ein richtiger vego haben wir schon damit alle games genau die wir gespielt haben das waren irgendwie drei games glaube ich also it would be good ja wir spielen hart für herald of course und dann versuchen wir sich frei zu schalten ansonsten spiel ich in bot lane ja bot lane gamings ok aphelios ist immer noch starken lane leider nicht stark genug chat es ist du oder mini twin man wie du es ja 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 da ist es zu bad gegen wollen können wir nicht direkt picken da sind rakan engel guten morgen ich habe gerade geguckt was nachgeguckt so und hier denke ich würde guten auslust bahn also einfach den geld stehen den geld von den wegnehmen oder ein auto das ist aber die hast du auch sehr geil was mit top lane werden die dann nicht so in elf weit irgendwas picken ja am helft ist auf jeden fall thema damit sollten wir auch bahn mit der runde waren mal meldfeid und dann waren es aber nautilus glängig wobei ich mich fast wohlfühlen würde auch auf nautilus und alistar bahn und dann mehr von einfach den geben aber ich weiß nicht einziges mal vergeben der spiel zu orn ab und zu lassen mit orn bahn ich möchte ordentlich bahn war sein es second muss played in season 22 bei der wird halt eh ordentlich bleiben dann war mal ein doppel supporter gegen orn hat doch doch 10.000 okay weil die haben jetzt hier spiel zu werden ich hoffe das ging ordentlich ist nicht in seiner konnte wenn oder so was ich weiß nicht wenn es ist okay auch mit unseren draughts nicht so geil was was haben brücke alistar alistar ja weiß ich mich dann nicht fast nicht lieber camille hätte aber ein donno ich kann es probieren aber es hat keiner flippen hier was ist eigentlich wenn wir einfach seine junglen lassen und tolkien top denn da bist du noch rechter ich glaube es wird das nicht viel ja okay also nicht offensiv gemeint aber spiel ich jetzt die frage ist ein astral angle es ist quite strong aber damit schon ziemlich wet noodle bottle erinnern ja ja was ist mit luschen oder mf oder kalister kalister am don aber der war das ist das ein das ist statements gegen wenn du war dann also ein scheiß ihr macht das ich kann bauten aber ja manche muss sie picken haben wir das nicht power oder ja ja ich hawa power hat euch alles immer gesagt also power hat immer gesagt ja das mein von jeremy fragrance ja genau von so einem typen den da lustig fand das ist aber das ist doch komplett fein wenn das ja ein antwort auf kalister ist der kämpfe ist ja auch terrible youtube ist whatever you want to play wenn artox kamel wenn man kann ich auch machen wenn es auch terrible wenn es auch hier haben doch kein htc für wehen also wie kennt ihr wenn die jemals irgendein champion mit braunen ich meine ich meine ich meine können können oder wenn ok 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 oder fiora oder kann sehr viel für die letzten drei sekunden sein gott diesmal ist so viel angenehmer als vorhin i mean mit top land mittel ist ja selbst effizient und ich spiel botnein und ab und zu gucke ich mal vorbei beim herald und so ne so ok wie wie cocky sind wir jetzt hier sind wir glacial augment cocky ja oder ja wir müssen sehr aufpassen dass die nicht mehr absplitten habe ich echt angst vor weil die können easy hard light in welt mit braun wir können nichts dagegen tun jasso braun afilius ist sehr viel stärker als wir hell no kalister level 1 ist broken braun level 1 da kann ich nicht spielen ich bin direkt tot dann gehst du nicht rein ja wie gehst du nicht rein wer steht dann vorne dann stehe ich vorne ok viel spaß ich glaube ehrlich gesagt auch das level 1 playable ist überleicht gerade bin ich einfach das game wieder ein bisschen flippiger halten im sinne von wir full swappen zum beispiel für heralds oder so actually this is fucking bad wenn wir gewinnen haben ne let's not do it vor allem wollen wir ja für botsatch spielen ja aber ich will ich will ja wir ein bisschen ein bisschen fantasierreich sind hier in dem game ein bisschen flippen um die aus dem aus ihrer knowledge rauszuholen wieso werde ich gespamping was habe ich getan ich was nicht ich weiß ich will eigentlich nur den sperm im spiel nicht reinstecken was so ich ich wollte eigentlich vorhin fragen das eigentlich ist mit wenn er seine gegen jasso spielt wie wie ja aber du musst mich noch sperren also du hast es noch nicht gemacht ja ich weiß ich kann es aber jetzt ja wenn ich bei sowas direkt mit oder was man es voll ja genau weil dann hätten wir einfach land so also aber es ist zu leid noch das machen ja 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 da bin wir rüber warte wohin überhaupt da dann rein oder da bin wir rüber dann gehst du diesen weg und dann gehen wir hier rein aber die sehen mich doch jetzt entweder von hier oder ja aber warum bist du auch da doch darüber moment dann kommen wir zu uns dann üben wir noch aber jetzt okay pings noch mal wie lange hätte da ist niemand da so aber dann gehst du so lang weil ich hier drin steht keiner okay ja gut team frage mich probably gesehen jetzt jetzt hau mal deinen schwer hier rein ja komm jetzt hängt doch ein bisschen daran dass die euch dass ihr euch leiden wenn könnte hier ne also legit soll ich dich worten ne 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 bloß dass du nicht da gerade den sperrst und dann erstubt soll ich eigentlich raptors warnen kannst du machen aber erst nach der ersten wave wenn du parat hast du hast niemals parat blück jetzt mach mal die wave ist da ja wirklich oh mein gott ist schon gut ich hätte einfach auch nicht sagen können jetzt ist noch schlimmer als wieso schon bist du dann leicht im bett werden sie wird einfach richtung toplane voll klären aber noch die info was hier ist alles leer ja sie klären top seid ihr auf jahr so gehen wir verlieren zwei cs dafür ja ist schon megawatt aber es ist nicht schlimm also ich weiß nicht und dann wird sind sie jungen das war ein crazy crazy respect die wälder in uns meine ich bin schon verpächtet vielleicht mit so ein bisschen böse angucken aber realistisch gesehen denken jetzt auch mitte hier war hier damit es ist komme ich komme ich komme anflashes 27 noch mal mit der fakt ist bisschen flippe die ich weiß die kürmer komme ich habe mich aufgelaufen weiß das irgendwie halt die ganze zeit na gut lili hat jetzt einen vorteil von mir die kann mich vertoren und werden kommen oder auch wölfen vorsicht ich bin viel weaker gerade ich war nicht mehr wollen wir mal rein halten ist sie nicht gerade der bortzeit er ja ja sie ist sie ist vortrag top klären deswegen grab thorn würde sie mich anwenden oder halt wölfe beides gut wir halten nicht gegen die waffen ja sie haben auch diese mit diesen kleinen pili das und dann werdet wölfe die haupt schnäger unten ich weiß nicht was für reset oder vertreten ist das was auch mal dabei bin natürlich ja auch wölfe genommen und dann weg machen ich werde bäsen und verfahren wir machen probieren oder noch sind sie hier ja so ist gebläst du mein grumper den gemacht hat oder ob gleich stirbt wenn wir mitbekommen da gerade geflasht ich bin auch hier drauf das ist nicht gut ich glaube beide kämpft genommen ich krieg ich krieg den ich krieg den ich genau gemacht ein bisschen den fluss rein ich würde ungeheuer noch drei trocken ich habe ich selber für mich bin sehr verweinend wenn ich nicht irgendwas kriege wir muren über topseil kopfzene vielleicht für die kappe vielleicht nicht mal sehen der hat hier eingepinkt wir können jetzt brauchen ist auch ja 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 ist okay die kram wird ja wirklich toll kühn verteidigt ja so muss ich muss raus aber lili hat geflasht ob es vielleicht pop ja so eingeflogen oder dann ist es faker okay das funktioniert so close ich war muted oh mein gott ich glaube auch kreuz hat nichts ich bin aber sechste ich werde besten ein bisschen auszünden können okay das werde ich ich werde ein bisschen gegen nur ein bisschen sticheln ok er kann er in hatte flash ja die noch dafür also ja das ist echt wie crazy gut wenn dass wir six hätten sie keine pläsche sein wollen die natürlich haben wir zusammen können kein leipzig oder so ok 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 ich nehme äh platings mitte ich bin der flug hier in forster stimmung ich bin immer noch weiter aggressiv ok jetzt wollen sie auch kommen wir können sie davon abfalten wenn sie kennt sie kann nicht kommen der ist alleine nice wir haben lucky brauchen wir noch flash ach schade das ist blöd aber das ist echt egal ja das ist auch mich leider macht ihr echt gut mann der erste ist für alles ready für alle gangs und fördern in welts ja ich weiß auch nicht lauf mit mir einfach mal ein botlein rein jetzt dronk und anscheinend war alles ich glaube wir kriegen wir einen plänen wir haben bisher auch nicht respektvoll gespielt immer aggressiv gespielt also naja eigentlich haben die aggressiv gespielt aber die haben immer vergänglich haben unter 10 guter timer felios flash ist 12 35 mein timer ist nicht wert ich bin gleich da ich wurde hier noch immer kurz oder nicht verhöhlt können die mit der spüren und durch ganken kommen warum ist noch nicht da actually go oh mein gott ok fuck it holy shit was war das denn sorry die ist auch sehr op ihr müsst raus wir können nicht fanden na what what am i doing ich glaube der gang ist in oberforce er hat sich zu tun also ja ich habe ich habe top-lein gefördert brücke so es nicht aber in drei hätte da tausend mal tot sein müssen der boy mit der bach so meine raptoren oder was ich nehme noch mit ich bin sehr low ich kann eigentlich nicht reingehen ja ich weiß was ja wir bist ein sehr starken 6 jetzt eigentlich wir können vielleicht mit turrets gehen ja wir müssen herr beantworten das wichtigste ich bin ziemlich gut ich würde sich noch ignorieren ich glaube ich kann nicht wirklich topset was bekommen aber i will try ich werde mit tp'n ja wenn ich hier noch einen record interroppen kann braumer's grad base kommt on zu mir blive kommt on zu mir könnte sein ja ich bin hier noch kurz deepboarden brücke vorsicht ja ich habe lege spot ist kann ich trau mich zu nehmen und ja so haben beide machen aber ich weiß ich weiß natürlich nicht lilia macht gerade ich kann die wave einverklären die haben noch eine minute ich werde was haben also ich mache ein kämpflich base und kommt hoffentlich aber woher werden sie denn kommt jetzt schon dann bin ich nicht aber ich kann trotzdem ich bin auch da brauchen wir auch da sind wir nicht kommen nicht die wird körper machen und ob es vielleicht denken ich werde aus baseball zeit wieder laufen also ein bisschen weiter bei dem ein drack drachen wir auch ein solch gute keine legt ja so um auf wieder top Kann auch mit DDR diven, ja. Können mich diven, actually, ja. Du musst record tippieren, wenn du kannst. Yes. Können wir euch wieder botlanden durch lane? Vielleicht können wir den Gang spielen. Ich hab keinen Flash, Aphelios schon. Kann auch ulten botland? Die sie respekten schon wieder. Kann auch sein, dass sie einen lane-Bot haben. Ich glaub, durch Akobe durch. Look at this. Wir sollten das fighten hinter denen. Ich kann gleich blocken, wenn ihr nicht markiert. Nice. Nice. Not too bad. Ich versuch, Dive anzutäuschen. Oh mein Gott. Actually, aber können wir nicht sogar wirklich diven? Wenn der nicht da ist, ja. Wir haben keinen In-Pop-Leader, kann ich. Er hat auch noch Flash. Also, probably sollten wir nicht dafür. Ja, so nimmt wahrscheinlich Raptors. Ah, TP. Ich hab kein Wimmer dafür durchspit. Die hast du, maybe? Ja, wir hatten nicht mehr, wenn der da ist. Bisschen am Over-Forcen, my bad. Ich ehrlich, ich krieg Mid-Land-Turret. Ja, ich bin nur am Forcen, als auf Card zu gehen, aber ist trotzdem bad. Ich hab Tabis, though. Wir sind hier. Nice. Das ist jetzt schwierig mit Zeitlänge gegen Yasuo, oder? Das ist jetzt schwierig mit Zeitlänge gegen Yasuo, oder? Wer beantwortet den? I guess Gwen auf zwei Items. Davor ist Raph. Meine Theorie könnten wir jetzt auch noch schnell, aber dann kriegen sie Harald. Wir können Harald kriegen sie auch so. Harald kriegen sie so oder so. Harald kriegen sie safe. Ich versuche, den Bot rum zu spielen. Wir versuchen, den Bot rum zu nehmen. Ich bin wieder hörbar? Ja, bitte. Ich bin wieder hörbar? Okay. Ja. Also ich bin wahrscheinlich Harald. Ich defend mit und dann kann ich Bot-Line noch quotieren. Nice, der Skate-File bei Top-Line ist mega gut. Thank you. Schauen wir mal, Bot-Side. Ist ein Krux ab keine? War zu schön gewesen. Ich hoffe, in der Mitte, aber... Ich glaube, wir gehen... Ich Recall geht Top-Line um den Top-Dif zu körpern, ne? Ne, bleib hier. Brauch dich. Okay. Zumindest noch Fin-Turret. Okay, ja, bestimmt das. Ja, so, Bot. Ich hab die P-Up. I'm moving, I'm moving, I'm moving. Versuch drum zu hören, wenn's geht, maybe? Okay. Yo, ist der Boy strong? Holy shit. Ja. Er wurde so gebildet von Brügel. Schön. Ich hätte irgendwas. Er hat aber noch geflasht, oder? Bevor er gestorben ist? Ja, er ist auf Brügel geflasht. Was mit dem nächsten Drake? Spielen wir, spielen wir. Ich zieh durch hier, Brügel, ne? Vorsicht. Aber Braum ist Mitte, es kann eigentlich niemand da sein. In der Ewigkeit arbeitslos, ich geh kurz Crump machen. Drake spielen oder nicht spielen? Will ich spielen, Drake. Ich hab auch Smite dafür nach Crump. Ich hab die schon ein bisschen low gepokt. Ich hab nicht Smite dafür, fuck, aber... Smite Upgrade nicht, aber... Ult in 50 erst. Ich werd die late run sein, I'm sorry, aber... Ist okay. Ich bin schlecht. Ich glaub ich kann's toll mit meinem... Ich hab mal gesagt... Ey, es ist echt ein Torbett. Ich bin Torbett. Ich bin Torbett. Ja, ja. Ich bin Torbett. Leider nicht ganz mit einer Seite fertig. Wir kommen jetzt, kommt die nächste Welle mit Len. Ja, ja. Ich bin die letzte. Wir werden Haraldsborn für Drake. Müssen wir beantworten, aber... Das wird scheitern. Hit her. Hit her. Hit her. Hit her. Wir können vielleicht blocken. Wir können vielleicht blocken. So, die Defenden. Ah, der on ist auf jeden Fall mit der Geist. Ja, wir geben, wir geben. Dann könnt ihr die offrennen. Und start push top dann um dein Leben durch. Yes. I'm on it. Okay. Okay. Ich werf mal hier so. Ja, ich will einfach du die Wave. Und ich auf der Top-Seite. Karte, komm mit mir mit, bitte. Nee, nee, nee. Geh base. Du hast keinen Grund mehr, hier zu sein. Ich bin ja hier. Ja, ja. Ich base. Ja, ist halt gut von dir, ne? Alle Top-Seite-Camps voll genommen. Oh, nice. Das ist gut. Mal bei allen Blue-Buff, sag ich es. Ich glaub, der nächste Wave top-Tourneum dürfen. Ich werde dazukommen. Mhm. Ich werde euch noch backupen. Sollte... Oh, können wir den töten? Nein, ich glaub nicht. Lass einfach tun, wenn's geht. Willst du wirklich? Okay. I guess we are diving? Na, ist so. Ich wollte eigentlich gar nicht diving, aber... Okay. Plötzlich war ich dann doch dran. So der Block. Hm. Wollte ich eigentlich nur schilden. My bad will einfach halten können. Okay. Jetzt, weiter, weiter. Ich kann dir nicht helfen, wenn ich die Botline. Ich geh halt nach oben ziehen. Ich kann tippen. Ich tippe ihn mal. Ich tippe ihn mal. Ich tippe ihn mal. Ich tippe ihn mal. Tippe von denen kommt auch. Ähm. Ich bin da. Ich bin da. Ich weiß, ob ich hier sein möchte. Temp bis zum Tod. Jetzt wir müssen raus. Okay. Aber wenn die Wind, wenn die Wind mal raus, zieh ich in play. Okay. Oh nein, der kommt rein. Okay. No, mein Stopwatch ging nicht durch. Schöne noch kaputt. Oh, das war crazy. 6 Damage. Nice. Lilia. 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 suit. Hat das? Elliers. Stationen. Hallen. Klicksal. Арmin, wir haben keine Dalter? Ich mein... Ich bin richtig fett. Also... Den Fuggys müssen wir flippen. Da können wir ja Einfach Vertrauen haben in ein Scaling. Hast du Vertrauen in unser Scaling der Draft? Nein. Du das hast... N Ja,ne. das kein problem später mit grenzen die gewinnt das auf drei items mit sonja wir können nicht wirklich die beiden opinien ja ja dann auch wenn ich einmal überrennen dann haben wir dich nicht mehr und dann können der schwarzen ist ein bisschen schlank und so fand dann geht man ja ich wollte mal den nash die werden den wahrscheinlich in augenschein kannst du den ordentlichen ob sie oder wenn nichts passiert bin ich habe die persönlich ich werde wörter fahren gehen ich glaube nicht dass der verdreist kosten werden das sind immer top verantworten ich habe auch keine worts mehr ist ja oben dazu tippen das war ja so kurz gucken die sind also ich denke sie drauf müssen ein bisschen punkt mit sich gleich bin drauf sondern er hat das gestartet haben gerade gestartet nicht ich bleibe mal ein bisschen ja kennst du jetzt push weiter bot ja so kann base und ich gehen kommen aber ist noch hier ok was verbrauchen über die wand ja wenn sie wieder da drin sein mehr angst dass die recall und sind gegen die könnte daran nicht helfen leider wenn du das machen soll jetzt muss ich sogar raus ich gehe mal für das pink bord bleiben wir da stehen oder recall ich sollte aber bei ich habe meine wäre ich geboten wir fahren einfach chillen so lange es geht keinen guten play gegen die arkanen play oder irgendetwas ich ja wenn es hoppen annehmen ich hier ganz bitte dann sicher eine minute hofft war ordentlich reinrutschen haben die auch nicht den besten geld aber die machen mit nash die hoff an bordzeit ich bin aber gleich für drag da ist ich bin hier ein flip der chat honestly ich komme bitte her ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich für eh ja 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 ich kann sie wird der straden areal für die die sind jetzt probably bei dragon ja wir wollen sonst zurück werden sich der nation lassen auf kurs könnte gerade mitte sein wenn sie nicht nur noch ein wort wenn man sich kein play er ist nichts was ich wusste was wir tun können die sind alle dort die sind alle hier wir auch können ein bisschen stay mit für uns ich habe ein kleines dann ich bin da Ja, außer könnte das vielleicht so lohnen, ja, den Drachen. Wait, actually, haben wir Gwen Flank. Wir gehen da rein, no? Ich gucke, ich habe nur ein kleines DUN. Also, ich bin da, guys. Keine Ahnung. Lilia, Viech, Viech. Oh, sie ist leider geflasht. Oh, yeah. Please, wie lange lebt die denn? Ich habe keinen Schaden auf sie gemacht, vor der Horizon. Ja. Wow, die hat das echt so lange überlebt. Ja, das wird ein Lore-Bracket-Run. Sondern? Gip! Oh, der Kämpft nochmals komplett ins Games zurück, aber ich weiß nicht wie. Es ist ein bisschen drauf. Not sure how. Ja, dann weg doch mal, Tolkien. Ja, das war früher die Antwort. Aber ich habe kein Play. Also, ich weiß eigentlich nicht, wie irgendein unserer Chapels was machen kann, was gut für uns ist. I guess, wenn die Nash-Innen uns regroupen, könnt ihr euch anholden, Mitte, Vorsicht. Dann kann ich vielleicht Botan durchpushen oder so. Ich shadow dich oben. Ich shadow dich oben. Ich shadow dich oben. die sind alle fünf mitte dann machen die mitte halt ende in tut 6 ist auch fein wenn ich einfach ja es sieht nicht mehr so zu fünft aus egal wer hier oben ist ja ohne zweck die machen weiter die machen weiter die machen weiter okay dann kann ich nicht sterben das ist morgen langer tag aber es ist auch cool mehr konnten wir schon gewesen also wenn wir leider mitgeben kein champion mit optionen also müssen auf jedem was wir machen ist ich glaube nicht dass es für doch 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 das ist ja was überlegt und zwar wir schicken brücke auf situanien talking top und ich spiel edis hier weil da habe ich eine rolle die spielen kann auf dem level oder wir können halt auch leidenschaften und ich gehe okay aber das wirklich geil die aber was hin also was seine fall gesagt hat klappt ich kann es nicht spielen safe ja aber dann bahn sie sie johnny und dann dann geht torgen wir ja mal oder sie können nicht die können nicht also unsere jungler bannen so ich liebe so was dann mit dem leben ich gehe morgen krank also am ende das problem aber solchen flex scheiß ist dass wir am ende unsere champions nicht bekommen und dann eine schlechte draft haben das meine ich nicht ich meine wie jetzt so wie hier